Hallo, ich bin Silvia Neulichedl, ich bin freischaffende Künstlerin und Autorin und ich freue mich, dir zeigen zu dürfen, wie man mit einem leichten Einstieg in die Acrylmalerei ganz tolle Erfolge machen kann. Und ich erkläre dir in dem Basic-Kurs einfach schon einmal ein bisschen etwas über die Farben, was du einkaufen kannst, was darauf zu achten ist. Ich erzähle dir über die Leinwände, ich erzähle dir auch noch über die Pinsel, über das Handwerkszeug, über die Spachteln, was wir haben. Und in dem Bild, das du dann malen wirst, da lernst du dabei, wie man eben einen Schein kreieren kann, wie man feine Übergänge machen kann. Ich werde dir auch schon eine erste Mischtechnik zeigen, das heißt, wir nehmen die Ölbestellkreide noch dazu. Und zu guter Letzt werde ich dir dann zeigen, wie das Dripping funktioniert, was ganz eine tolle, spannende Sache ist. Und ich lade ganz, ganz herzlich ein, da dabei zu sein und mit mir auf die Reise zu gehen, auf die bunte Reise in die Acrylmalerei. Viel Spass!